Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen in der Hölle. Natürlich nur in Let's Play Doom 3 zum Glück. Ja, im letzten Episode sind wir durch den finalen Teleporter in Delta Lab Sektor 4 gegangen. Es war nur eine sehr kurze Episode und jetzt sind wir wirklich in der Hölle. Ihr seht schon, wie es hier aussieht. Wir haben komplett all unsere Ausrüstung verloren. Ihr seht es auf unten rechts, wo normalerweise die Waffen angezeigt werden. Es ist alles weg. Wir kriegen hier zum Glück ein kleines bisschen wieder, aber auch zurück können wir beispielsweise nicht. Der Teleporter ist kaputt. Und ja, wir müssen uns jetzt hier sozusagen durch die Hölle schlagen. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir können. Wir kriegen hier zum Glück eine Pistole und eine Shotgun. Ja schön, den hat es erstmal in die Lava geschmissen. Die Pistole sogar mit relativ viel Munition. Und die Shotgun geht so mit mittel viel Munition. Aber damit müssen wir jetzt auskommen. Zum Glück Lebenspunkte technisch und rüstungstechnisch sind wir fast voll. Ja, es gibt hier in der Hölle ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel unten links unter unseren Lebenspunkten, da wo normalerweise unsere Ausdauer angezeigt wird, das flackert jetzt irgendwie so rot-orange oder rot-gelb. Und das bedeutet, wir haben hier unendlich Ausdauer. Das heißt, wir können hier die ganze Zeit sprinten. Generell, dieses Höllenlevel ist im Prinzip eine große Anspielung auf die alten Teile auf Doom 1 und Doom 2. Denn es gibt hier beispielsweise in der Hölle nur Waffen, die es auch in Doom 1 und Doom 2 gab. Das heißt, Waffen, die hier neu dazugekommen sind, wie beispielsweise das Maschinengewehr, also ich meine, die SMG und auch Granaten gibt es hier beispielsweise nicht. Die BFG Edition hat es zwar, aber ja, Granaten und das SMG gibt es hier nicht. Und auch wie in Doom 1 und 2 können wir hier unendlich lang sprinten. Und sozusagen die Sprintenmechanik aus, die eigentlich in Doom 3 eingeführt worden ist, ist hier komplett umgangen. Das Problem ist nur, ich muss natürlich die komplette Zeit den Sprintenknopf drücken. Das heißt, mein kleiner Finger ist die ganze Zeit jetzt auf meinem Sprintenknopf, was natürlich ein bisschen doof ist. Aber damit müssen wir leben. Es ist auf jeden Fall cool, dass wir die ganze Zeit sprinten können. Gut, hier werden wir direkt begrüßt von zwei Gargoyles. Und auch die Stelle, die jetzt hier kommt, wenn wir in den Teleporter gehen, ist im Prinzip eine Anspielung auf Doom 1. Denn in Doom 1 Episode 3, das allererste Level, das startet so ähnlich wie das hier. Auch Episode 3 spielt ja in Doom 1 im Prinzip in der Hölle. Und der Anfang des Levels ist genauso wie hier. Wir starten in der Mitte und sind direkt umsingelt von drei Imps. Und ihr seht es auch hier in der Hölle, sehen die Imps ein kleines bisschen anders aus. Die sind irgendwie so blutrot. Und das finde ich auch ganz cool, dass die hier ein anderes Aussehen haben in diesem Level. Und wir haben auch Munition hier. Also genau so startet, wie gesagt, auch... Das Level heißt, glaube ich, Inferno. Glaube ich. Ich bin mir da nicht genau sicher. Aber ja, auch das ist eine Anspielung auf die alten Teile. Das heißt, hier haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, so ein bisschen zu sein wie die alten Spiele. Und das finde ich eigentlich ganz cool. So, mit den Gegnern ist es aber nicht so. Das heißt, hier werden auch Gegner kommen, die mit Doom 3 neu gekommen sind. Zum Beispiel Cherubs, auf die werden wir jetzt hier erstmalig wieder treffen. Und wir haben auch keine Taschenlampe. Also auch das wurde entfernt. Gehört ja im Prinzip auch zu den Waffen sozusagen. Und auch die gab es natürlich in Doom 1 und 2 nicht. Das heißt, hier ist es wirklich dunkel. Wenn es wirklich mal so dunkel ist, dann ist es halt auch einfach dunkel. Und wir haben da keine Taschenlampe für. Aber naja, müssen wir mit leben. Und dann seht ihr jetzt schon, jetzt kommt direkt ein Hell Knight. Und wir haben nur eine Pistole und einen Shotgun. Und ich werde einfach mal, solange der noch in Entfernung ist, werde ich einfach mal die Pistole benutzen. Und sobald der mir näher gekommen ist, werde ich dann mal mit der Shotgun attackieren. Also jetzt zum Beispiel. Natürlich immer schön wegbleiben. Und da haben wir ihn auch schon erledigt. Wir haben ihn gut auf die Entfernung mit der Pistole gegeben. Und ihr seht, so viel halten die nicht aus. Gut, das waren zwei komplette Pistolenmagazine. Und dann noch ein Shotgunschuss. Aber übertrieben viel war das nicht. Jetzt haben wir sozusagen mal einen Hell Knight Kampf gesehen. Nachdem der letzte Hell Knight Kampf doch schon eher enttäuschend war. Okay. Oh, da steht einer drin. Das ist natürlich das Fiese, dass es hier keine Taschenlampe gibt. Und auch in diese dunklen Ecken einfach immer mal reinlaufen mit dem Rücken, damit man erstens noch rausgucken kann. Und da können auch ab und zu mal Items drin sein in diesen dunklen Gängen. Von daher immer schön alles absuchen. Und hier seht, hier sind auch wieder Cherubs. Und sogar richtig Fiese zum Teil. Werden wir aber noch sehen. Und jetzt gerade am Anfang müssen wir natürlich wirklich jede Ecke absuchen. Denn wir brauchen natürlich Munition und Waffen. Wir sind hier zum Glück in der Hölle überall versteckt. Trotzdem sollte man mal überall reingehen in jede Ecke. Es ist sogar eigentlich storytechnisch gar nicht so unrealistisch, dass hier Waffen rumliegen. Denn wir haben ja bereits schon gehört, dass es auch... Oh, seht ihr da? Jetzt haben wir zum Beispiel eine Kettensägel gekriegt. Denn wir haben ja auch storytechnisch schon gehört, dass bereits Wissenschaftler hier in der Hölle waren. Das heißt, das ist natürlich die Ausrüstung von denen, die hier überall rumliegt. Warum ist das gar nicht so... Ist jetzt hier zugegangen? Tatsache. Okay, wir können also nicht mehr zurück. Gehen wir einfach mal hier lang. Oh, ich bin kurz jetzt direkt was rein. Hinter mir auch. Ich hab's gesehen. Das Coole ist halt wirklich, dass man hier so viel sprinten kann. Das ist echt geil. Auch diese Ruhen sehen wir, glaube ich, gerade das komplett erste Mal. Aber ich glaube, es geht hier hinten dann lang. Weil da war ja nichts mehr. Das sieht auch sehr nach einer Falle aus. Und wir kriegen hier eine Minigun. Sehr gut. Oh ja, das ist aber nett. Das war jetzt cool. Da kam gerade eine Stimme, die hat gesagt, live. Und was ist? Wir kriegen auch noch Lebenspunkte. Es war also diesmal keine Falle, sondern sozusagen sogar fast ein live. Genau, für uns sogar ein gutes Secret. Ist jetzt hier was aufgegangen? Oh, ach du Scheiße. Nein. Ist aber noch einer gewesen, genau. Sehr gut. Auch Lost Souls sind wieder da, wie ihr seht. Die kamen zum Glück in Doom bisher relativ selten. In Doom 1 und 2 waren das ja schon Gegner, die regelmäßig kamen. Hier zum Glück kamen die noch nicht so oft. Ja, noch. Da braucht das ganze Zeug. Nicht? Mann. Oh, ein Jumping Puzzle. Ich glaube, ich speichere hier lieber mal ab. Denn wenn ich mich recht entsinne, kommen hier, ähm, kommen, genau, kommen hier Lost Souls. Und wenn die einen so anspringen, da hinten ist noch einer, wenn die einen so anspringen, dann fällt man hier ganz schnell immer runter, weil man wird ja von denen immer ein kleines bisschen zurückgestoßen. Achso, so Lebenspunkte brauchen wir, also Lebenspunkte brauchen wir nicht. Wir haben ja gerade live bekommen. Zum Glück bin ich normalerweise ganz, ganz gut mit bei solchen Jumping Passagen. Boah, der ist irgendwie voll von dieser Kette da abgeflutscht. Aber das finde ich hier cool, wie irgendwelche Seelen hier so hochfliegen und so ist eigentlich ganz cool gemacht. Also das Hell-Level gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, zu tief. Ich mach mal hier lang. Zum Glück schwebt das hier mal hoch und runter. Der ist schon, schon ein bisschen gruselig, muss ich gestehen. Aber, oh, auch nicht so schlimm. Das Level ist ein kleines bisschen heller, glaube ich, als die, ähm, als die anderen Gebiete, in denen wir bisher waren. Aber auch, klar, müssen sie machen, denn hier ist ja schließlich, ähm, keine Taschenlampe vorhanden. Das heißt, die müssen, müssen das Level nur mal ein kleines bisschen, aua, müssen das Level nur mal ein kleines bisschen heller machen. Oh, da höre ich noch einen. Sehr gut. Oh! Boah, der hat mir jetzt aber eine volle Breitseite gegeben. Boah, da müssen wir echt auspassen. Das hat mich zwar, glaube ich, nicht direkt getroffen, aber das ist irgendwie neben mir explodiert. Und, ihr wisst, ich war komplett voll. Ah, da war eine Security-Armor im Dunkeln. Ich war komplett voll. Ach, du Scheiße. Jetzt kommen hier auch noch Impfen. Okay. Oh nein. Von allen Seiten. Aber. Nein. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht umsingeln lassen. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ähm. Dass mich da... Dass mich da der eine Hell Knight wirklich so krass getroffen hat. Der hat mich doch nicht direkt getroffen, oder? Das kam mir nicht so vor. Das kam mir nicht so vor, als hätte der mich direkt getroffen. Und trotzdem hat er mich direkt auf, ähm, irgendwie 29 Lebenspunkte runtergekloppt. Das war irgendwie komisch. Zum Glück hatte ich aber vor nicht allzu langer Zeit gespeichert. Das heißt, es ist kein weiter Weg. Das ist jetzt schon fies. Da ist es super eng. Und dann steht da auf einmal ein Hell Knight vor einem. Hier müsste jetzt auch einer um die Ecke sein. Stimmt. Ja. Und hier hinten müsste auch noch einer kommen. Genau da. Na, und jetzt steht gleich ein Hell Knight hinter mir. Genau hier. Dann warten wir mal auf den. So, und jetzt kommen hier Ims. Hier ist noch einer. Sehr gut. So. Ich will auch mal die Minigun, äh, ein bisschen nachladen. Oh. So. Sehr gut. So. So, 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 so. Schon mal, hat das jetzt schon mal ganz gut gelaufen? So. Lebenspunkte sind hier hinten. Da ist nichts, ne? Nee. Ich speichere lieber mal. Gehen wir die Ecken entlang? Okay. Ja, schön, dass du hier abgestützt hast. Noch mehr Lebenspunkte. Ja. Oh nein, Cherub's. Und ich hör, ich hör auch nen Mancubus. Noch einer. Mann. Oh nein, ich seh den Mancubus sogar schon. Scheiße. Oh, wie machen wir dat jetzt? Wir müssen erstmal die Cherub's loswerden. Aua. Noch mehr Cherub's, ey. Scheiße. Wir müssen immer schön... ...so dass der Typ uns nicht sieht. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Cherub's erledigt. Und jetzt können wir den Minigunen. Wow. Wir müssen weiter von dem weg. Ja, sehr gut, der Splat. Oh, das war jetzt kein... Das musste man jetzt ein bisschen mit Taktik machen, glaube ich. Weil es spawnen auf zwei Seiten Cherub's und währenddessen läuft schon mal der Mancubus auf einen zu. Und ich glaube, wenn man sich erst um den Mancubus kümmert, dann, oh, lieber mal speichern. Wenn man sich erst um den Mancubus kümmert, dann, ähm, zerfetzen einen, glaube ich, die Cherub's. So, alles mitnehmen. Oh, da kriegen wir die Plasma Gun. Sehr gut. Oh, und wir sind wieder gefangen. Die Tod wird nicht dein Ende sein. Deine Seele wird in der Hölle für immer. Okay, der Tod wird nicht mein Ende sein. Meine Seele wird für immer in der Hölle brennen. Und jetzt? Achso. Wow. Okay. Ah ja, an die Stelle erinnere ich mich. Hier kommt jetzt die zweite Stelle mit dem Berserk-Power-Up. Ich habe ja gesagt, das gibt es nur zweimal im Spiel. Jetzt müssen wir uns beeilen. Hier kommen nämlich ziemlich viele, ziemlich viele Imps, die wir sofort verprügeln müssen. Und, ähm, je schneller wir sind, desto mehr, desto mehr Viecher kriegen wir auch, hier direkt ein Hell Knight, je schneller wir sind, desto mehr Viecher kriegen wir sozusagen verprügelt. Müsste, glaube ich, noch irgendwo ein Hell Knight sein, können wir zahlen. Tatsache, da ist noch, vielleicht kriege ich den noch. Ja, macht gut recht. Okay, ich glaube, das war's. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, sehr gut. Ähm, hier ist es nämlich so, wenn man nicht schnell genug ist, läuft das Berserk-Power-Up natürlich irgendwann aus. Und da muss man natürlich, wo? Muss man natürlich gegen diese ganzen Viecher, ähm, mit seinen Waffen kämpfen. Ähm, wenn man aber, wie gesagt, schnell genug ist, kriegt man alle Imps und sogar auch noch die beiden Hell Knights einfach so zerboxt, was natürlich cool ist. Ähm, dann muss man aber, wie gesagt, darauf vorbereitet sein, dass diese Stelle jetzt kommt. Zum Glück war ich das. Sonst, wie gesagt, ist das hier um einige schwieriger. Ähm, denn mit unseren wenigen Waffen, die wir haben, zwei Hell Knights zu zerstören und dann noch so viele Imps ist natürlich nicht so einfach. Speichern. So, wieder total viel Zeug, sehr gut. Oh, und Rocket Launcher und auch ein PDA, was wir uns jetzt mal durchlesen werden. Von Simon Garlick. Oh, der hat sogar zwei Audiologs und zwei E-Mails, sogar relativ lange, die werde ich mir mal eben durchlesen. Okay, ich habe es mir durchgelesen. Die erste E-Mail ist von Heather Elaine. Die gibt im Prinzip diesen Simon Garlick, der kurz davor war, hier einen Sprung durch das Portal zu machen. Ein paar Anweisungen. Sie hat zum Beispiel gesagt, du weißt ja, dass wir diese, diese Tafeln gefunden haben. Auch diese Tafeln haben wir bereits schon mal in einem Video-Log gesehen. Und er soll auf der anderen Seite des Portals, also wenn er durchgegangen ist, sozusagen nach mehr Beweisen für diese Tafeln suchen. Außerdem möchten sie auch gerne mehr Bio-Test-Subjekte fangen. Sie haben zwar schon viele von diesen kleineren Imps gekriegt, aber sie wollen unbedingt auch mal einen großen, lebenden Hell Knight fangen. Und ja, er soll sich umgucken, ob die so einen finden. Die haben zwar Waffen, und er hat zwar Waffen dabei, aber man soll versuchen, keine tödliche Gewalt anzuwenden, damit man das viel lebend fängt. Und ja, diese Reisen durchs Portal haben verschiedene psychologische Effekte auf die Leute. Haben wir auch schon von vielen gehört, dass die verrückt geworden sind. Und hier Simon soll auf jeden Fall einen Audiolog führen mit seinen Erfahrungen, sodass man das später analysieren kann. Die zweite E-Mail ist ähnlich. Auch hier ein paar Hinweise und ein paar Anweisungen für seinen Sprung in die Hölle, sozusagen. Ja, der Typ hat nämlich gesagt, es wurde von anderen Leuten, die bereits in dieser Hölle hier waren, berichtet, dass man unglaublich stark in dieser Dimension hier ist. Das heißt, man muss sich nicht ausruhen, man hat unglaublich viel Ausdauer, und man ist einfach insgesamt viel stärker hier. Das nennen die anderen den Herkuleskomplex. Und ja, er soll mal ein paar Aufzeichnungen darüber machen, ob das wirklich stimmt, damit die rausfinden können, was das für ein Phänomen ist. Und das haben wir ja auch schon festgestellt. Ich kann ja hier unendlich lange rennen in der Hölle. Hören wir uns aber mal die Audiologs an. Separated from Team, also getrennt vom Team. Das ist die Audiolog, ein Forschungsberater Simon Garlick, dated August 8, 2145. Es scheint, dass ich den Rest der Wissenschaften nicht verabschiedet habe. Ich weiß nicht, wie es passiert. This place, oder, ich weiß nicht, was das Land hat mit ihnen gemacht. Ein Moment da, ich nehme samples, und das nächste Mal weiß, ich schaufe, und jeder ist weg. Da, ein Moment, ich schaufe, und sie sind weg. Ich kann nicht jemanden auf den Comlinken. Und die einzige Signale des Team, ich kann finden, sind die Tools und andere Personen-Effekte die sich nicht hinterlassen. Es ist fast, wie sie zuhörten, währenddessen durch die Experimenten zu machen. Das Ort macht lustig mit deinen Augen, und deine Verhältnis von Zeit. Hopefully, ich bin in den nächsten Sektor, und ich bin, ich bin, zu retten. Ich gehe jetzt nach nach dem Moment. Das ist Simon Garlick, Sonny Love. Das zweite Audiolog ist immer noch getrennt vom Team. Sie können nur als Dämonen bezeichnen. Ich habe nie gesehen, dass so ein großer Ding so schnell verletzt. Oh, Gott, was hat sich passiert? Die Teh. Das ist die letzte Sache, die ich noch nie gesehen habe. Die Teh. Die Sounds. Words kann ich nicht beschreiben. Ich bin sicher, dass es nur ein Zeitpunkt, bevor sie mich wieder finden. Ich bin sicher, dass sie mit mir spüren, dass sie mich, dass sie zwei Schritte vor ihnen bleiben. Ich... Ich kann sie in den Schatten manchmal sehen. Ich... Warum haben sie mich beschrieben? Ich bin nicht sicher, wie lange ich... Ich kann... Ich schreie mit den Schatten hier. Und in jedem Moment, ich fühle sie sich näher zu mir. Oh, Gott. Oh Gott, das sollte nie passieren. Was ist das jetzt? Oh ja. Okay, das war irgendwie plötzlich zu Ende. Ja, er ist wie gesagt immer noch von seinem Team getrennt. Er hat allerdings ein paar Dämonen gesehen, um irgendwelche Augen oder Zähne in der Dunkelheit. Und er hört und sieht, wie sich die Viecher, die Dämonen im Schatten bewegen und wie sie mit ihm spielen. Sie greifen ihn nicht direkt an. Sie erlauben ihm immer zwei Schritte vor ihm zu bleiben und er versucht zu überleben, aber er wartet im Prinzip nur darauf, dass die Dämonen ihn angreifen. So viel zu diesem Audio-Log. Ja, wir haben Raketenwerfer. Wir werden jetzt mal weitermachen. Aber ich glaube, ich halte nicht den Raketen. Wie viel Schuss habe ich eigentlich damit? 20. Ui. Direkt voll viel Munition gekriegt. Das ist ja geil. Na gut. Damit kann ich leben. Immer schön ins Dunkle gucken. Also nicht wundern, wenn ich immer ins Dunkel laufe, denn ich sehe hier schließlich auch nichts. Das liegt also nicht an YouTube. Jetzt mal speichern. Ich glaube, jetzt kommt ein Mancubus und hinter mir geht eine Tür zu und dann hat man hier nur ganz wenig Blitz zum Laufen. Ja, genau. Ja, genau. Das meinte ich. Ich konnte nämlich nicht wieder zurück. Und jetzt muss ich hier ganz schnell durchlaufen und auf der anderen Seite dann schnell... Da oben ist nämlich noch einer. Ganz schnell springen. Wo... Wo ist die denn? Aua. Oh, scheiße. Ich glaube, da war ein Lost Soul hinter mir, oder? Ich bin mir nicht genau sicher. Ich meine da gerade irgendwie sowas gehört zu haben. Ah ja. Oder ich spawne ihn erstmal so. Das ist natürlich auch gut. Und dann verstecke ich mich einfach immer hinter dem Stein. Haha. Das war ne... Das war ne guter Plan. Sehr schön. Hat geklappt. Schnell durch. Und springen. Ja. Gut. So, dann haben wir die beiden Mancubus gekillt. Oh ja. Tatsache. Komm Lost Souls. Ups. Aua. Aber ihr seht schon, die Hölle ist um einige schwieriger als alle Levels, die wir bereits durch haben. Ich... Ist ja noch was hinter mir gespawnt? Tatsache. Oh. Ja, okay. Die halten vier Schüsse aus. Das ist schon viel. Ja, ich bin noch in keinem Level so oft gestorben wie hier. Und ich bin auch jetzt schon wieder fast Fratze. Ähm. Hier muss ich echt aufpassen. Aber... Noch halte ich durch. Den Top Gun muss ich natürlich immer ein bisschen näher ran. Aber zum Glück kriegt man hier echt viel Loot. Also ihr seht das. Wenn man hier mal irgendwie so eine Ecke gefunden hat, wo Zeug ist, dann ist da echt immer richtig viel. Und dann ist man eigentlich auch sofort wieder voll. Ihr seht, wir haben jetzt auch schon wieder Raketen gekriegt. Plasma-Munition dürften wir mittlerweile auch. Guckt mal. 300 Schuss und so. Also man kriegt hier schon viel. Man muss nur immer diese schwierigen, kurzen Situationen, muss man nur immer irgendwie meistern. Guckt mal da. Auf dem Mancube ist da nichts. Weil ich meine, da wo die Mancubi genau waren, da ist nämlich Loot. Das wollen wir natürlich... Ich speichere lieber. Das wollen wir natürlich haben. Oh. So, dann nehmen wir nämlich alles mit. Ach du Scheiße. Gut, 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 gut. Und jetzt schnell da rüber. Und dann müssen wir nochmal hier lang. So, alles klar. Sehr gut. Jetzt sind wir auch schon wieder fast voll. Gibt alles gar nicht so... Boah, wir haben 600 Schuss mit der Minigun. Und dann ist es top. Wir haben richtig schön viel. Also wir sind mittlerweile wieder fast so weit aufge... aufgepowert, wie wär's am Ende... ähm... am Ende von den... äh... von den normalen Menschen-Leveln, wenn ich sie einfach mal warne. Ups. So. Und zum Glück können wir hier ja auch unendlich sprinten. Das heißt, bei den schwierigen Situationen mit den Cherubs und den Mancubus bin ich wirklich konstant non... Nein, jetzt häng ich fest oder was? Tatsache. Ich geh kaputt. Ich hab mich festgebackt in diesem Stein hier. Boah, nee, ey. Super, ey. Das war die beste Idee, hier in diese Ecke zu springen. Mann. Was eine Kacke, ey. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Dann machen wir das eben schnell. Zum Glück habe ich hier in der Hölle oft gespeichert. Oh, jetzt sind wir auf einmal sogar auch voll. Das waren wir gerade nicht. Hm. Gut. Sogar besser als gerade. Top. Jetzt müssen wir noch die beiden Imps wieder killen. Aber das dürfte kein Problem sein. So. Normalerweise würde ich denen jetzt einfach eine Granate ins Gesicht schmeißen. So. Ich will jetzt aber dahin gucken, was in der Ecke ist. Na gut, hier ist noch nicht mal was. Toll. Super. Schön in der Ecke festgebackt. Ist natürlich auch toll. Oh, ich dachte schon, da wäre wieder eine Lost Soul. Aber es ist nur ein Ding. Wenn die so ewig lang ausholen, finde ich, da ist es total schwer zu überlegen, wo die überhaupt hinschießen. Wenn die so richtig, richtig lange ausholen. Ganz doll nach vorne. Oh. Nein, ich hänge fest. Meine Scheiße. Ich schließe mir aber auch gerade einen Scheiß zusammen. Okay. Gut, hier sind... Uah. Oh, Alter. Ich dachte schon, geil. Loot. Und dann war da auf einmal ein Imp drin. Ja, das war ja auch gut. Oh, da liegt auch Loot. Aber wie kommen wir da heran? Na, toll. Ey. Hey. Ich hätte das überlebt. Aber da unten wollen wir ran. Da ist mehr Plasmer-Munition. Kommen wir da hier irgendwie vielleicht dran? Ja, genau. Hier kommen wir da dran. Plasmer... Oh, oh. Was habe ich gerade... Was war das? Habe ich gerade irgendwas Großes gerufen? Nö. Ich glaube nicht. Hoffe ich. Hehehe. Oh, lieber schnell mal zurück, bevor mich das irgendwo runterschubst. Hier ist irgendwo eine Lost Soul. Aber ist die jetzt oben oder unten? Wieso kommt die nicht? Ich gehe lieber mal schnell weiter. Ne, hä? Wo ist denn die Lost Soul? Oder war das einfach nur ein Ger... Ah, da hinten ist eine. Die festhängt. So. Gut. Also hier sind Lost Souls. Aber die hängen irgendwie fest anscheinend. Gut. Finde ich in Ordnung, dass die festhängen. Oh, das ist eine dicke dumme Ecke, oder? Nö. Nix. Sehr gut. Boah, wir können auch nicht mal hier irgendwas aufsammeln. Gut. Dann nehmen wir, glaube ich, jetzt mal die Minigun. Oh, oh. Oh. Nein! Und auch noch Lost Souls. Ich gehe kaputt. Schnell stört. Oh. Jetzt kommen wir hier wieder zurück. Ja. Gut. So kann man es natürlich auch machen. Wo? Was sind das denn für Viecher? Durch die mal an. Die Shotgunnen? Ja. Zombies sind das. Dämonische Zombies. Warten aber auch nicht viel mehr aus. Ist hier auch was hinter? Dahinter? Ich meine ja gerade was... Was ist denn jetzt mit ihm los? Okay. Ich meine da was hinter zu hören. Ja, da sind Gegner hinten. Kommen aber nicht zu uns hin. Na, ist in Ordnung, finde ich. Gut. Wir sind gerade richtig gut mit der Minigun steil gegangen. Es hat echt gut geklappt. Also besser als gedacht eigentlich. Lost Souls und ein Hell Knight. War aber in Ordnung. Sehr schön. Man kämpft sich hier so... Von... Von Kampfraum zu Kampf... Aua. Boah, der Flächenschaden von den Dingern, wenn die explodieren, ist echt immens. So. Gut. Man kämpft sich hier von Raum zu Raum. Wow, wow, wow. Kann ich jetzt noch einlaufen? Nein, ne? Und man muss immer einen Raum clearn. Dann kommt man in den nächsten Raum. Dann kommt wieder irgendwie so ein größerer Kampf. Und dann muss man sie jetzt wieder clearn. Und so weiter. Was haben wir jetzt hier? Nur Imps. Gut. In Ordnung. Alles klar. Ja. Ich hab jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass jetzt hier so regelmäßig... Ähm... Dass hier so regelmäßig Hell Knights kommen. Das ist schon ein bisschen... So. Nein. Ja genau, das meine ich. Ich könnte mich natürlich auch erst mal um die Imps kümmern. Aber jetzt hab ich grad schon mal auf dem angefangen. Aua. Das hat aber auch einen krassen Flächenschaden, Plasma-Google von dem, ey. Aber... Es hat geklappt. Und wir kriegen ja bestimmt gleich wieder genug anderes Zeug. Da seh ich nämlich schon wieder so ein... So ein Vorratslager. Und ich seh vor allem auch... BFG-Munitionen. Ja toll, das Zeug-Nobat gespawnt. Und jetzt ist es mal wieder im Hellen halt. Ich muss aber weg aus der Ecke. Und immer schön so laufen. Also... Irgendwie hab ich fast das Gefühl, die Minigun ist effektiver gegen die. Irgendwie komm ich mit der Minigun gegen die besser, klar. Ja, wir haben BFG-Munitionen bekommen. Schon mal gut. Jetzt kommt da jetzt was? Ne, ne? Und ich mein, man kann hier auch irgendwo die BFG finden. Aber die BFG... Die ist versteckt. Die kriegt man nicht einfach so... Genau. Das meine ich nämlich. Hier liegt sie nämlich. Seht ihr? Normalerweise rennt man nämlich dran vorbei. Wow! Wow! Ah, süß. Aua. Boah, die können viel, viel schneller fliegen. Ihr seht da, wie schnell die... Also erstmal, wie gezielt die auf den Spieler... Wie gezielt die auf den Spieler zufliegen und wie schnell die auch drehen. Sowas sollten mal die Kekodemons können. So. Das heißt, wir haben jetzt die BFG. Acht Schuss. Gut. Werden wir auch noch beraten, denke ich. Ähm... Dann wollen wir jetzt mal gucken, was da an der Ecke... Das sieht groß aus. Ich denke, da steht ein Hell Knight. Ja. Und da wieder unsere... Unsere Lieblings-Minigun gegen die. Die klappt immer so gut. Und immer schön weit weg gehen von den... Plasma-Dingern. Vor genau einem Magazin. Immer schön weit weg gehen von den Plasma-Kugeln. Weil die ja so ultra krass explodieren. Und ich hör schon wieder Cherubs. Und ich seh sie sogar. Das ist jetzt auch ne fiese Kombo. Es kommt Cherubs... Und Lost Souls. Aber die halten aber auch viel aus. Aber gut, ich... Bin auch gerade nicht sehr nah dran. Ja, man kann die mit einem Schuss töten, wie ihr seht. Noch mehr. Ey. Ich... Oh, sorry. Wollte ich nicht sagen. Oh, guckt euch mal an. Ich hab fast die ganze Munition von der Pistole alle geballert. Also... Dass ausgerechnet die Pistole hier... Also überhaupt, dass die Pistole mal alle geht. Wenn ich dann die Pistole auch noch in der Hölle so oft benutze. Das hätte, glaube ich, vorher keiner gedacht, oder? Hier hängt Fleisch an der... Oh, das sind Pinkies. Das hier finde ich auch interessant. Ähm... Dass Pinkies hier an der Decke hängen. Das heißt, ähm... Das hier ist wie so ein Fleischhaus. Und wenn hier Pinkies hängen, kann man davon ausgehen, dass Pinkies im Prinzip nicht nur, ähm... Ja, dämonische Kämpfer sind. Das heißt, die werden nicht nur als Dämonen in die menschliche Welt geschickt, um dazu kämpfen. Sondern die scheinen auch für größere Dämonen tatsächlich auch als Fleisch... Ähm... Zu dienen. Als Essen. Das heißt, es ist im Prinzip so, als wenn Krieg wäre und wir würden Kühe mit in den Krieg schicken. Nur, dass das hier total die muskulösen Monster-Überkühe sind, die alles zerfleddern. Aber ja, im Prinzip ist es so ähnlich. Finde ich ganz interessant. Oh, ich höre schon wieder einen Mancubus. Super, ey. Und ich habe noch so viel... Nein! Oh, nein! Ich bin so doos! Ich habe mich verklickt. Satsache. Ich habe mich verklickt. Jetzt darf ich die Stelle hier nochmal machen. Ich habe nämlich aus Versehen auf Laden gedrückt, anstatt auf Speichern. Ich sehe schon, das wird die beste Episode, die ich jemals gemacht habe, ey. Ich lade, wenn ich nicht soll. Ich sterbe andauernd. Na gut. Müsste noch eine Lost-Troll gleich kommen. Ja. Da ist es. So, und jetzt haben wir noch genau einen Schuss mit der... Zum Glück haben wir noch nicht viel gemacht. Hier müsste jetzt auch eine Lost-Troll kommen, oder? So, wenigstens Pistole alle geballert. So, und jetzt aber wirklich speichern. Ja, das Blöde ist schnell speichern und schnell laden. Ist bei mir direkt nebeneinander. Und, äh, ja. Ich höre einen Mancubus. So viel Munition haben wir auch. Sogar auch hier nicht mehr. Ich wette, die Tür geht gleich hinter mir zu. Speichern, okay. Dann, äh, wollen wir mal gegen den Mancubus kämpfen. Wir wissen, der hält vier Raketen aus. Oh, der hat sogar... Hallo? Was war denn das jetzt? Das war ja der Über-Über-Cubus. Aber ich glaube, ähm, dass der zu viel ausgehalten hat, lag daran, dass der immer gleichzeitig geschossen hat mit mir. Und, ähm, dann sind sozusagen meine Raketen auf seine Raketen getroffen und haben sich gegenseitig ausgelöst. Der wird zwar wahrscheinlich Schaden durch den Flächenschaden, durch den Explosionsschaden gekriegt haben. Aber, ähm, ja, so richtig getroffen hat ihn das eigentlich nicht, denke ich. Von daher, ähm, ja, lag das wahrscheinlich daran. Also ist jetzt meine Interpretation, weil ich meine, bei einem der letzten Schüsse gesehen zu haben, dass meine Rakete da abgeprallt ist. Oh! Na, seht ihr, wenn man nämlich genau trifft, dann, äh, halten die nämlich nur eine Rakete aus. Und jetzt habe ich, äh, äh, vier eigentlich. Vier und nicht irgendwie wie gerade, äh, sechs oder sieben. Aber ich glaube, wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen, weil wir haben nur noch eine Rakete und das noch eine. Äh, scheiße, und da kommen auch noch Sherubs mal wieder. Ja, toll, und wieder ist meine Rakete abgefälscht worden. Geh kaputt. Aber jetzt warten wir einfach hier auf die. Nein, jetzt kommt die von hier auch noch. Weck mich, ey. Noch einer, nee. Stopp. Okay, gut, gut, gut. Hat alles geklappt, kann nicht mit leben. Keine Raketen mehr, aber was soll's. Jetzt hätte ich fast wieder auf F6 gedrückt, ey. Ich muss das unbedingt, obwohl jetzt, na doch, lohnt, würde sich noch lohnen. Weil das Spiel ist noch ein bisschen. Es hat insgesamt 26 Level. Die Hölle jetzt hier ist Level 20. Es kommen also noch sechs Level hier nach. So. Oh ja. Aua. Ja, das ist ja mal wieder. Also, die Plasma, die Plasma-Scheiße von denen, die hat einen höheren Explosionsradius als eine Rakete, hab ich das Gefühl. Wir können jetzt auch mal ein bisschen Plasma, glaube ich, nutzen. Ich speichere hier echt nach jedem Gegner. Aber ihr seht's ja selbst, hier in der Hölle, das hier zu verkacken, das geht schneller als man gucken kann. Die sind hier auf wieder nur Pinkies aufgehangen, ne. Aber wir sind hier auch in der Hölle auf noch keinen einzigen Pinkie getroffen. Das hier sieht wieder so aus wie ein Gang mit Lost Souls. Ne, doch nicht. Ja, meine Seele läuft näher zu Betrüger, zu ihm. Aber genau das wollen wir ja auch. Hm, 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 hm. So. Jetzt müssten wir es aber auch bald geschafft haben. Ich glaube, so lang ist das Hölle-Level nicht mehr. Aber natürlich hat dieses Level hier auch einen Endboss. Genau, ich glaube, das meine ich hier auch. Genau, wenn wir da durchgehen, kommen wir, glaube ich, zum Endboss. Hier können wir uns zum Glück nochmal aufbuffen mit allem möglichen Zeug. Gucken wir mal, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt ziemlich viel Plasma. Wir haben volle Lebenspunkte, volle Armor. Und wir haben, was haben wir, BFG? Ups, ja, erstmal nachladen. Oh, wir haben 30 Raketen, das ist sehr schön. Und wir haben 8 BFG, alles klar. Gut. Dann werden wir uns jetzt mit dem Guardian anlegen. Und mal gucken, was der für uns bereithält. Der Guardian of Hell kommt jetzt. Save us. Und das ist der Soul Cube. Das heißt, wir sind jetzt hier. Und um den zu bekommen, müssen wir den Guardian of Hell besiegen. Das ist ein... Storytechnisch ist das ein... Ein Gegner... Ein Gegner... Ein Gegner, der so alt ist wie die Dinosaurier. Und storytechnisch sogar so... Also sogar so ein uraltes Wesen, dass selbst die Dinosaurier Angst vor diesem... Ähm, Angst vor diesem Dämon hatten. Und der angeblich sogar auch dafür verantwortlich ist, ähm, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Und, ähm, dadurch, dass der so alt ist, dieser Guardian, ist er aber auch blind. Das heißt, der kann uns selbst nicht sehen. Und, ähm, der hat diese drei Seekers. Und das sagt auch der Soul Cube, destroy the Seekers and the Guardian becomes vulnerable. Und solange uns die Seekers nicht sehen seht ihr, sieht uns auch der Guardian nicht. Weil nur durch diese Seekers kann der sehen. Das heißt, wir müssen die töten. Und wenn die drei weg... Und wenn die... Aua. Ja, und das war's sogar auch schon. Ich erkläre gleich den Kampf nochmal ein bisschen besser. Aber wir haben den Guardian besiegt. Und das war's. War jetzt gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie der funktioniert. Jetzt kriegen wir den Soul Cube. Ja, das ist der Soul Cube, ähm, da haben wir's grad gehört. Ähm, sie haben gesagt, wir sind einer, wir sind viele. Ja, das ist der Soul Cube, ähm, da haben wir's grad gehört. Ähm, sie haben gesagt, wir sind einer, wir sind viele. Wir sind die Preliantor oder sowas. Das heißt, diese uralte Kultur, diese Prelantor, ähm, Quatsch, das wollte ich gar nicht sagen. Also diese uralte Kultur, diese Marsianer, wie ich sie immer genannt habe, die heißen eigentlich Preliantor oder Prelantor oder so. Und, ähm, die sind sozusagen in diesem Soul Cube drin. Und den haben wir jetzt befreit vor dem Guardian, der hat es bewacht. Und wie gesagt, der ist super alt und blind. Und der kann nur mit diesen Seekern sehen. Und wenn wir die zerstören, diese drei Seeker, dann kann er natürlich nichts mehr sehen. Das heißt, um wieder sehen zu können, muss er neue Seeker beschwören. Und dafür öffnet er über seinem Körper sozusagen so eine Art Portal oder so eine Art Kugel. Und diese Kugel ist sozusagen seine Schwachstelle. Und da müssen wir reinschießen, um ihn zu zerstören. Zum Glück hatten wir die BFG und ich habe einfach zwei BFG-Schüsse in seine Kugel reingejagt. Dann geht das natürlich schön schnell. Und die Seeker habe ich auch jeweils mit einer Rakete getötet. Man kann das Ganze natürlich auch noch machen mit anderen Waffen. Aber ich persönlich, das ist meine Taktik, finde es geht am schnellsten. Die Seeker sterben nach einer Rakete und in die Kugel wichst man dann halt mal eben zwei BFG-Schüsse rein. Und dann ist der Guardian tot. Ich glaube in irgendeinem, entweder im Add-on Resurrection of Evil oder in diesem kleinen DLC The Lost Mission kämpft man noch gegen eine abgewandelte Form von dem Guardian, den man einfach so töten kann. Aber wie gesagt, der war so alt wie die Dinosaurier und angeblich sogar für das Aussterben dieser verantwortlich. Naja, wir sind durchs Portal gegangen, sind jetzt wieder... Dein Schöne gibt uns Leben und macht uns stärker. Unlässt uns, wenn du unseren Kugel hörst. Du fährst die Lebensversorgung von denen, die dir zu bleiben. Du siehst eine große Krieg. Die Ausgabe ist nicht klar. Wir sind der einzige Weg, um den Hells-might-wahrer zu zerstören. Wir auf ihren Ruf hören, von diesem Soulcube auf den Ruf. Und dann können wir sozusagen die Macht des Soulcubes nutzen, um unsere Feinde zu zerschmettern. Und sie sehen einen großen Kampf vor sich. Aber wie dieser Kampf ausgeht, ist momentan noch unklar. Aber der Soulcube ist die einzige Möglichkeit, den stärksten Krieger der Hölle zu zerstören, hat er uns gerade gesagt. Wir sind die einzige Chance, um den Hells-mightiest-wahrer zu zerstören. Genau, das heißt, wir können jetzt den Soulcube nutzen. Ich habe mir den auch schön auf eine Taste gekriegt, wo ich immer schnell raufkam. Nämlich auf Q. Und genau, das war das Hölle-Level. Wir sind durch. Oh, Moment. Sorry, Leute, für den Cut. Ich bin über das Wochenende zu Hause und meine Eltern schlafen schon. Ich habe wohl angeblich ein bisschen zu laut geredet. Das hat die aufgeweckt. Ja, ich wollte nur sagen, das ist das Hölle-Level. Wir sind durch. Wir kommen jetzt durch den Teleporter wieder zurück in die Menschenwelt sozusagen. Das werden wir aber erst in der nächsten Episode machen. Ich sage jetzt erst mal Tschüss, verabschiede mich hier mit warmen Grüßen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao, Leute.